CD Wissen präsentiert Allgemeinbildung, Physik und Mathematik. Gelesen von Michael Schwarzmeier und Marina Köhler. Physik Galilee, Newton und der freie Fall Auf alle Dinge in unserer Umgebung wirken Kräfte ein. Aber welche? Es gibt nämlich viele Arten von Kräften, allerdings nur eine, die auf alle Körper auf der Erde einwirkt. Die Schwerkraft. Sie sorgt dafür, dass der Regen abwärts und nicht aufwärts fällt. Und sie erklärt, warum ein Stein, den wir in die Luft geworfen haben, wieder zur Erde zurückkehrt. Ende des 16. Jahrhunderts stieg der italienische Mathematiker und Physiker Galileo Galilei auf den schiefen Turm von Pisa, um Untersuchungen über Fallbewegungen zu machen. Er warf zwei verschieden schwere Steine hinab und stellte fest, dass beide gleichzeitig aufschlugen. Das schien ihm nähere Studien wert. Hatte doch Aristoteles schon 2000 Jahre zuvor gelehrt? Schwere Gegenstände fallen schneller als leichte. Galilei beschäftigte sich also weiter mit dieser Thematik und entdeckte dabei, dass in den Gesetzen des freien Falls, also ohne Luftwiderstand, die Masse des fallenden Körpers unerheblich ist. So berechnet sich die Fallgeschwindigkeit nur aus der Gravitationsbeschleunigung, einem konstanten Faktor, multipliziert mit der Fallzeit. Dies war der Beginn der experimentellen Forschung in der Physik. Griechisch Physis gleich Natur. Aufbauend auf Galileis Erkenntnissen formulierte nur wenige Jahre später der englische Physiker, Mathematiker und Astronom Isaac Newton das Gesetz von der Schwerkraft. Weil ihm angeblich einmal fast ein Apfel auf den Kopf gefallen wäre, soll er sich gefragt haben, warum fiel der Apfel nach unten und nicht nach oben? Und warum fällt der Mond nicht auf die Erde? Diese Überlegungen führten ihn wenige Jahre später zur Entdeckung eines Gesetzes, dass das Weltall regiert. Das Gesetz von der Schwerkraft. Nach dem lateinischen Wort Gravitas für Schwere auch Gravitation genannt. Nun konnten Newton und die anderen Astronomen nicht nur die Bewegungen der Planeten um die Sonne und deren Massen berechnen. Seit man wusste, dass Mond und Sonne die Gezeiten der Welt und die Weltmeere verursachen, ließen sich auch Ebbe und Flut zeitlich weit voraus berechnen. Später widmete Newton den größten Teil seiner wissenschaftlichen Arbeit der weiteren Erforschung des Gravitationsgesetzes, das für so viele Erscheinungen eine Erklärung liefert. Seine Studien führten den überragenden Denker schließlich auch zu der Frage, was eigentlich Bewegung ist. Beharrlich erforschte Newton ihre Gesetze und fasste sie in mathematische Formeln. Mit seinen drei Axiomen, Grundannahmen, über den Zusammenhang von Kraft und Bewegung wurde Isaac Newton zum Begründer der klassischen Mechanik, Bewegungslehre, einem überaus bedeutungsvollen Teilgebiet der Physik. Die newtonschen Axiome lauten 1. Trägheit Ein Körper verharrt im Zustand der Ruhe oder der gleichförmigen, geradlinigen Bewegung, solange keine Kräfte auf ihn einwirken. 2. Dynamik Die Bewegungsänderung, Beschleunigung eines Körpers, ist der einwirkenden Kraft proportional und ihr gleichgerichtet. 3. Wechselwirkung Die Wirkung ist stets gleich groß wie die Gegenwirkung, aber von entgegengesetzter Richtung. Actio gleich Reaktio Bemerkenswertes Hochsprung auf dem Mond Der Mond hat nur ein Sechstel der Anziehungskraft der Erde, denn seine Masse ist viel kleiner als die Masse der Erde. Ein Astronaut könnte also bei gleichem Kraftaufwand sechsmal so hoch springen wie auf der Erde, vorausgesetzt sein schwerer und unbequemer Raumanzug ließe das zu. Einfache Maschinen Die Mechanik ist der älteste Zweig der Physik. Schon im Altertum, Jahrhunderte vor unserer Zeit Rechnung, befassten sich griechische Wissenschaftler mit ihr. Der bedeutendste von ihnen, Archimedes, erkannte 240 vor Christus das Prinzip, dass der Hebelwirkung zugrunde liegt. Doppelter Weg gleich halbe Kraft. Gebt mir einen festen Punkt zum Stehen, soll er gesagt haben, und ich hebe die Welt aus den Angeln. Der Hebel, die schiefe Ebene, der Keil, die Schraube, das Rad mit Achse und die Rolle sind einfache Maschinen. Überhaupt nennt man Vorrichtungen, die Kräfte übertragen und dabei deren Größe und oder Richtung ändern können, Maschinen. Das Wort Maschine stammt aus dem griechisch-lateinischen und bedeutet nichts anderes als Hilfsmittel oder Werkzeug. Bemerkenswerte Maschinen soll bereits Archimedes konstruiert haben. So wird berichtet, er habe eine Maschine gebaut, die mit geringstem Kraftaufwand gewaltige Lasten heben konnte. Wir kennen sie heute als Flaschenzug. Alle Maschinen, die Schraube wie der Keil oder das Rad, sind Werkzeuge. An jeder Maschine und wenn sie noch so kompliziert ist, kann man die Wirkungsweise der einfachen Maschinen erkennen. Auch die kleinste und einfachste Maschine braucht eine Energiequelle, um arbeiten zu können. Beim Keil oder beim einfachen Hebel kommt die Energie durch menschliche Muskelanstrengung zustande. Alte Kornmühlen nutzten als Antrieb die Energie von Wind und Wasser aus. Das waren die ersten Kraftmaschinen. Mit der Erfindung der Dampfmaschine kam eine neue Kraft ins Spiel. Erstmals wurde nun die Wärmeenergie, die bei einer Verbrennung entsteht, in Bewegungsenergie umgesetzt. Heute gibt es zahlreiche Kraftmaschinen beziehungsweise Motoren in Autos, Flugzeugen und Schiffen. Sie alle verwandeln Energieformen, die in der Natur vorhanden sind, in mechanische Energie, die Maschinen antreibt und Arbeit für uns leistet. Aber selbst die perfekteste Maschine kann die ihr zugeführte Energie nur teilweise in Arbeit umsetzen. Ein großer Teil der Energie geht durch Reibung und Wärmeerzeugung verloren. Auch deshalb wird ein Perpetuum mobile, eine Maschine, die ohne Energiezufuhr von außen ewig weiterläuft, nie funktionieren. Allerdings ist Reibung mitunter durchaus erwünscht, zum Beispiel beim Bremsen eines Fahrzeugs. Und ohne die Reibung des Reifens auf Asphalt könnten sich Fahrzeuge mit Rädern überhaupt nicht fortbewegen. Bemerkenswertes Der Bau der Pyramiden Beim Bau der großen Pyramiden vor über 4000 Jahren bedienten sich die Ägypter zweier einfacher Maschinen. Auf einer schrägen Rampe aus Erde, einer schiefen Ebene also, zogen Arbeiter die fast drei Tonnen schweren Kalksteinblöcke auf hölzernen Walzen, auf Rollen also, an ihren Platz im Bauwerk. Das Auto Die wichtigste Erfindung, die je von Menschen gemacht wurde, ist zweifellos das Rad. Ohne Räder gäbe es nur wenige Maschinen, keine Eisenbahn, vor allem aber auch keine Autos. Das Automobil, griechisch autos selbst und lateinisch mobilis beweglich, ist die meistbenutzte Maschine, die der Mensch je erdacht und gebaut hat. Ein Leben ohne Autos ist für die meisten von uns unvorstellbar. Die Entwicklung des Autos dauerte weit über 100 Jahre. Abenteuerliche Gefährte entstanden, unter ihnen Dampfwagen. Das erste wirklich praktisch brauchbare Automobil mit Benzinmotor wurde 1885 von dem deutschen Ingenieur Karl Friedrich Benz gebaut. Es hatte drei Räder und einen Einzylinder-Heckmotor mit drei Viertel PS. Ein Jahr später folgte der Ingenieur Gottlieb Daimler mit seinem Modell einer Motorkutsche. Später, nachdem das Problem der Achsschenkellenkung gelöst war, präsentierten sich die Fahrzeuge zumeist mit vier statt drei Rädern. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts wurden alle Autos einzeln und nacheinander in mühevoller Handarbeit gefertigt. So kannte man es vom Kutschenbau. Der amerikanische industrielle Henry Ford änderte dies grundlegend. 1908 führte er das Fließbandsystem für den Autobau ein. Die Produktionszahlen stiegen jetzt sprunghaft an. Schon in den 20er Jahren war das Automobil in allen Industrieländern eine selbstverständliche Erscheinung. Heute gibt es allein in Deutschland fast 30 Millionen Personenkraftwagen. Ihre technischen Bauteile, es sind durchschnittlich 8.000 bis 10.000, werden durch Vorschriften und Normen genau festgelegt. Sie lassen sich in sechs verschiedene Baugruppen oder Systeme zusammenfassen. Es sind der Motor, die Kraftübertragung, das Fahrwerk mit Rädern und Reifen, die Lenkung, das Bremssystem und die elektrische Anlage. Die meisten Personenkraftwagen, PKW, werden als geschlossene Limousine gebaut. In jeder Sekunde entsteht irgendwo auf der Welt ein neues Auto. Der Individualverkehr nimmt immer mehr zu. Das bringt zahlreiche Probleme mit sich. Weltweit kommen jährlich über 250.000 Autofahrer ums Leben. Millionen Menschen werden verletzt. Mindestens ebenso schwerwiegend wie die Verkehrssicherheit ist auch die enorme Umweltbelastung, die durch das Auto, den Lastwagenverkehr eingeschlossen, hervorgerufen wird. Die Fachleute wissen, das Auto, unser Verkehrsmittel Nummer 1, muss sich ständig verbessern. Bemerkenswertes. Der Kraftstoff der Zukunft Benzinbetriebene Fahrzeuge haben ebenso wie Dieselautos keine regenerierbare Energiequelle. Benzin und Diesel werden aus Erdöl hergestellt. In etwa 100 Jahren aber werden die Erdölvorräte der Erde aufgebraucht sein. Womöglich fahren die Autos dann mit Wasserstoff, einem Gas. Wasserstoff ist nahezu unerschöpflich und umweltfreundlich. Über den Auftrieb im Wasser Über den Auftrieb im Wasser soll er das Prinzip des Auftriebs entdeckt und sogleich eine Nutzanwendung, das Prüfen einer goldenen Krone auf ihren Goldgehalt, begriffen haben. Archimedes beobachtete nämlich, wie das Badewasser in der Wanne anstieg, als sein Körper eintauchte. Ihm wurde auch klar, dass er nur so viel Wasser verdrängte, wie sein eigener Körper an Volumen ausfüllte. Ließe man die Wanne also randvoll laufen und tauchte dann ein, so müsste das verdrängte Wasser überlaufen. Man könnte es auffangen und nachmessen. Heureka, Heureka, griechisch, ich hab's, ich hab's gefunden, rief er erfreut und lief nur mit einem Handtuch bedeckt durch die Straßen nach Hause. So jedenfalls behauptet die Sage. Bei seinen folgenden Experimenten fand Archimedes heraus, dass die Versuchskörper scheinbar leichter wurden, wenn sie sich im Wasser befanden. Er folgerte, dass dies nur vom schwere Druck des Wassers herrühren konnte. Er entsteht durch die Gewichtskraft des Wassers. Dieser schwere Druck wirkt mit einer bestimmten Kraft von unten gegen den eingetauchten Körper. Der Forscher bezeichnete diese Kraft als Auftrieb. Der Auftrieb entspricht immer dem Gewicht der von ihm verdrängten Flüssigkeitsmenge. Dieses Gesetz des hydrostatischen Auftriebs nennt man das archimedische Prinzip. Der Auftrieb ist bei jedem Körper unterschiedlich groß, denn er hängt von der Dichte des Körpers und von seinem Volumen ab. Auch Schiffe und Unterseeboote nutzen den Auftrieb zum Schwimmen. Schiffe tauchen nur so weit in das Wasser ein, dass ihr Eigengewicht genau dem Gewicht des verdrängten Wassers entspricht. Wird ein Schiff überladen, übersteigt sein Gesamtgewicht, also das Gewicht der größtmöglichen verdrängten Wassermenge, geht es unter. Besonders interessante Beispiele des Zusammenwirkens von Schwere und Auftrieb sind Unterseeboote, In deren völlig dicht abgeschlossenen Bootskörpern sich besondere Hohlräume befinden, die Tauchtanks. Je nachdem, wie viel Wasser sich in ihnen befindet, kann das U-Boot schwimmen, steigen, sinken oder schweben. Bemerkenswertes So kommt ein Fisch nach oben. Das Prinzip des Auftriebs wird auch in der Natur genutzt, mit der Schwimmblase vieler Fische. Sie ist ein luftgefüllter Hohlraum, der den Auftrieb reguliert. Fische können die Größe ihrer Schwimmblase verändern. Ist sie groß, enthält sie also viel Luft, bekommen sie Auftrieb. Die Fische werden in der Schwebe gehalten oder sie steigen auf. Bei kleiner Schwimmblase sinken sie. Über den Auftrieb in der Luft Tauchboote steigen nur deshalb auf, weil sie leichter sind als das sie umgebende Wasser. Ballone machen es ihnen in der Luft nach. Und die Flugzeuge? Sie sind viel schwerer als Luft, steigen aber dennoch auf. Flugzeuge brauchen offenbar eine besondere, gegen die Erdanziehung gerichtete Kraft, um fliegen zu können. Diese Kraft ist der aerodynamische Auftrieb, lateinisch-griechisch aer, Luft, und dynamis, gleich Kraft. Er entsteht mithilfe besonders gewölbter Flügel, die als Tragflächen wirken. Das fliegende Flugzeug folgt einem Gesetz, das von dem Schweizer Physiker Daniel Bernoulli entdeckt worden ist. Er fand, dass in einer Luftströmung gegenüber dem äußeren Luftdruck in Strömungsrichtung ein sehr großer Druck und senkrecht zur Strömung ein Unterdruck entsteht. Die Druckunterschiede sind umso größer, je größer die Strömungsgeschwindigkeit der Luft ist. Die Form eines Tragflügels lässt die Luft an seiner Oberseite schneller strömen als an seiner Unterseite. Durch den entstehenden Unterdruck an der Oberseite wird der Flügel nach oben gesogen. Der Auftrieb, der das Flugzeug trägt, hängt ab von der Fluggeschwindigkeit, von der Stellung der Flügel und auch von deren Fläche. Um denselben Auftrieb zu erreichen, muss die Flügelfläche bei geringen Geschwindigkeiten größer sein als bei hohen. Deshalb besitzen moderne Flugzeuge verstellbare Flügel, die bei Start und Landung vergrößert, während des Flugs dagegen verkleinert werden können. Weil die Luft mit zunehmender Höhe immer dünner wird und der Luftwiderstand also geringer, fliegen die großen Verkehrsflugzeuge alle in großen Höhen. Die meisten großen Flugzeuge werden von Strahltriebwerken angetrieben. Die Düsenflugzeuge, wie man auch sagt, erreichen Geschwindigkeiten um 1000 Kilometer in der Stunde. Langsamer sind die Propellerflugzeuge. Sie schrauben sich regelrecht durch die Luft, können aber kaum schneller als 800 Kilometer in der Stunde fliegen. Dennoch werden auch große Propellerflugzeuge noch immer gebaut. Propeller eignen sich hervorragend für den Antrieb schwerer und langsamer Frachtflugzeuge, die nur kurze Start- und Landebahnen benötigen. Mit einer winzigen Start- und Landefläche kommt der Hubschrauber oder Helikopter aus, griechisch Helix gleich Windung, Kreislauf und Terron gleich Flügel. Beim Start kreisen die Drehflügel, die Rotorblätter, in fast waagerechter Stellung und erzeugen einen senkrechten Auftrieb. Werden sie schräg geneigt, entsteht eine horizontal wirkende Vortriebskraft. Der Helikopter fliegt geradeaus. Bemerkenswertes Der Flugsimulator Um auf alle möglichen Flugsituationen bestens vorbereitet zu sein, trainieren künftige Piloten in einem Flugsimulator. Das ist ein originalgetreu nachgebildetes Cockpit mit sämtlichen Bedienungselementen. Bewegt der Pilot den Steuerknüppel, neigt eine computergesteuerte Hydraulik die Kabine. Der Pilot bekommt den Eindruck, als säße er in einer richtigen Maschine. Wärme und Kernenergie Ein bedeutsames Teilgebiet der Physik ist die Thermodynamik, die Wärmelehre, die sich mit den Beziehungen zwischen Wärme und anderen Energieformen befasst. Noch bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts tat man sich mit der Definition des Begriffes Wärme ziemlich schwer. Erst durch die Untersuchungen des deutschen Naturforschers und Schiffsarztes Robert Julius Mayer und des britischen Physikers James Presker Jewell wurde klar, Wärme ist Bewegungsenergie von Atomen und Molekülen. Je stärker die Bestandteile eines Körpers schwingen, desto höher ist seine Temperatur, die man an einem Thermometer ablesen kann. Mayer war es auch, der als erster das allgemeine Energieprinzip formulierte. Als Leitsatz seiner Gedanken wählte er einen Ausspruch des antiken Philosophen Demokrit. Aus nichts wird nichts. Nichts wird zu nichts. Mayer erkannte also, dass Energie weder neu geschaffen noch verbraucht, sondern nur von der einen in eine andere Form umgewandelt werden kann. Die Anerkennung des Satzes von der Erhaltung und Umwandlung der Energie indes ist erst den experimentellen Forschungen Jules und der exakten theoretischen Fassung des deutschen Forschers Hermann von Helmholtz zu verdanken. Wie jede Energieform lässt sich Wärme in andere Energien umwandeln. Demzufolge kann sie aber auch aus anderen Energiearten entstehen. Solche Vorgänge sind uns vertraut. Wir brauchen nur unsere Handballen intensiv aneinander zu reiben und schon verspüren wir eine Erwärmung. Hierbei wird mechanische Energie der Bewegung unserer Hände durch Reibung in Wärmeenergie umgewandelt. Energien werden in Joule oder auch in Kalorien gemessen. Gewaltige thermische Energie kann bei der Kernspaltung und bei der Kernfusion freigesetzt werden. Die technische Nutzung der Kernspaltung basiert darauf, dass man den Atomkern bestimmter Elemente durch Beschuss mit Neutronen spalten kann. Dabei startet eine Kettenreaktion. Während ein Neutron verbraucht wird, werden bei jeder Spaltung eines Atomkerns neue Neutronen freigesetzt, die jeweils wieder Atomkerne spalten können und so weiter. Dadurch wird Energie frei. Die Kernspaltung wurde 1938 erstmals von dem deutschen Physiker Otto Hahn in Zusammenarbeit mit der Österreicherin Lise Meitner durchgeführt. In Kernkraftwerken wird die im Reaktor erzeugte Hitze von Kühlmitteln aufgenommen und zur Erwärmung von Wasser verwendet. Dieses Wasser treibt dann in Dampf umgewandelt Turbinen an, die wiederum Generatoren zur Gewinnung von elektrischem Strom antreiben. Mit nur einem Kilogramm Uran lassen sich 20 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen. In einem herkömmlichen Dampfkraftwerk braucht man dafür 2000 Tonnen Steinkohle. Wird bei einer Kernspaltung Energie durch eine unkontrollierte Kettenreaktion plötzlich frei, so entsteht eine Explosion, wie bei einer Atombombe. Problematisch ist bis heute auch die sichere Lagerung der radioaktiven Rückstände, die nach der Kernspaltung anfallen. Bemerkenswertes ganz schön heiß Die für eine Kernfusion notwendigen Temperaturen betragen Millionen Grad Celsius. Solche unglaublich hohen Temperaturen lassen sich gegenwärtig noch nicht ausreichend lange aufrechterhalten. Deshalb wird die Kernfusion in der Energiegewinnung der Menschen in nächster Zeit noch keine Rolle spielen können. Über die Elektrizität Ein Leben ohne Elektrizität unvorstellbar. Dann gäbe es keinen elektrischen Strom und wir hätten keine Radios, keine Fernsehapparate und keine Computer. Fahrstühle, Kühlschränke und Waschmaschinen könnten wir nicht elektrisch betreiben und natürlich hätten wir dann auch kein elektrisches Licht. Aber was ist das nun eigentlich Elektrizität? Man sagt, Elektrizität ist ein Grundphänomen der Natur, das auf der Anziehung beziehungsweise Abstoßung elektrisch geladener Teilchen beruht. Durch Reiben lässt sich auf allen Körpern eine elektrische Ladung erzeugen. Das ist die statische oder ruhende Elektrizität. Man nennt sie auch Reibungselektrizität. Die elektrische Spannung ist das Maß für die Stärke der Ladungstrennung zwischen zwei Körpern. Sie entsteht, weil durch das Reiben beispielsweise eines Stückes Stoff an einem Luftballon die elektrisch negativ geladenen Elektronen von dem Stoff auf den Ballon übergehen. Die elektrische Ladung wird also ungleich verteilt, der Ballon lädt sich negativ auf und der Stoff positiv. Erst durch die Entladung wird das Gleichgewicht der Ladungsträger wiederhergestellt. Ein Beispiel für besonders gewaltige Entladungen ist der Blitz bei einem Gewitter. Der uns gut bekannte elektrische Strom heißt so, weil man sich früher die Elektrizität als unsichtbare Flüssigkeit vorstellte. Heute verstehen wir unter dem Begriff elektrischer Strom, dass die Elektronen bestimmter Stoffe, den elektrischen Leitern, frei beweglich sind und fließen können. Alle Metalle sind solche elektrischen Leiter, wie beispielsweise die Kupferdrähte in einem Stromkabel. Der Elektronenfluss kommt nur zustande, wenn man eine Spannung an die beiden Enden des Drahtes anlegt. Die elektrische Stromstärke bezeichnet die Menge der Elektronen, die in einer Sekunde durch den Leiter fließen und sie wird in Ampere gemessen. Die Entdeckung des elektrischen Stroms wird häufig mit dem italienischen Arzt und Physiker Luigi Galvani in Verbindung gebracht, der bei Experimenten mit einer Elektrisiermaschine zufällig sah, wie ein enthäuteter Frosch heftig zu zucken begann. Galvani glaubte einer elektrischen Lebenskraft auf die Spur gekommen zu sein. Auch Alessandro Volta, ein Zeitgenosse und wissenschaftlicher Rivale Galvanis, beschäftigte sich mit dem Phänomen der Elektrizität. 1799 gelang es ihm nachzuweisen, dass zwei verschiedene Metalle elektrische Energie hervorbringen, wenn sie durch eine Säure Kontakt bekommen. Später baute er die erste Batterie. Ihm zu Ehren wird die elektrische Spannung in Volt gemessen. Der in Haushalt, Industrie und Schienenverkehr benötigte Strom wird meist in großen Kraftwerken erzeugt, wo Wasserdampf, Wind oder Wasser Turbinen antreiben. Generatoren wandeln die Bewegungsenergie der Turbinen in Elektrizität um. Vom Kraftwerk aus transportieren Hochspannungsleitungen den elektrischen Strom über Land in die Städte und Dörfer. Bemerkenswertes das Stromnetz. Elektrische Energie kann man nicht speichern. Sie muss in dem Moment erzeugt und angeliefert werden, indem sie gebraucht wird. Deshalb arbeiten die Kraftwerke Tag und Nacht. Um eine flächendeckende Stromversorgung zu garantieren, sind sie in einem landesweiten Netz und auch darüber hinaus miteinander verbunden. Magnetismus und Elektromagnetismus Schon in früheren Zeiten entdeckten die Menschen, dass ein Erz namens Magneteisenstein, heute als Magnetit bekannt, kleine Stückchen Eisen anziehen kann. Bekannt war auch, dass elektrisch aufgeladener Bernstein leichte Stoffe wie Haare und ähnliches anzieht. Sollte es eine Verwandtschaft zwischen Magnetismus und Elektrizität geben? 1819 machte der dänische Physikprofessor Hans-Christian Oerstedt eine interessante Entdeckung. Eine Kompassnadel begann sich zu bewegen, sobald er sie in die Nähe eines stromdurchflossenen Drahts brachte. Mit Elektrizität ließ sich also Magnetismus erzeugen. Elektromagnetismus Heute begegnet uns der Elektromagnetismus überall. An der Haustürklingel, beim Radio und beim Fernsehen, beim Computer, beim Münzautomaten oder am Metalldetektor am Flughafen. Geräten also, die mithilfe von Elektrizität ein magnetisches Feld aufbauen. Im Gegensatz zum Dauermagneten können Elektromagneten ein- und ausgeschaltet werden und durch Ändern der Stromstärke die Stärke des magnetischen Feldes verändern. Am beeindruckendsten zeigt der Elektromagnet seine Möglichkeiten bei der Magnetschwebebahn. Die durchmächtige Elektromagnete über einer Fahrschiene in der Schwebe gehaltenen Bahnen fahren nicht nur ruhig und leise, sondern auch sehr schnell. Wenn sich mit Elektrizität Magnetismus erzeugen lässt, geht das dann nicht auch umgekehrt? Michael Faraday, britischer Chemiker und Physiker, stellte sich selbst diese Aufgabe. Verwandle Magnetismus in Elektrizität, schrieb er in sein Notizbuch und machte sich ans Werk. Nach langem Bemühen fand er heraus, dass durch Hin- und Herbewegungen eines Magneten in einer Drahtspirale ein elektrischer Strom erzeugt werden kann. Je schneller der Magnet bewegt wurde, desto mehr Strom wurde geliefert. Der Generator, der Stromerzeuger, war erfunden. Als Faraday auch feststellte, dass ein stromdurchflossener Leiter in einem Magnetfeld in Bewegung versetzt wird, war das Prinzip des Elektromotors entdeckt. Den ersten funktionierenden Elektromotor baute 1829 der Amerikaner Joseph Henry Elektromotoren wandeln Elektrizität in Bewegung um. Sie treiben beispielsweise Waschmaschinen, Trommeln und Videorekorder Laufwerke, vor allem aber Schienenfahrzeuge und auch manche Autos an. Elektromotoren arbeiten umweltfreundlich und sie sind praktisch und vielseitig. Bemerkenswertes Der Blick in den Menschen Der Elektromagnetismus leistet auch in der Medizin unschätzbare Dienste. Die sogenannte Kernspintomographie hat sich zu einem verbreiteten Standardverfahren in der Diagnostik entwickelt. Ähnlich einem Röntgenbild kann der Arzt hier Bilder aus dem Körperinneren betrachten, bei denen aber nicht nur Knochen, sondern auch Gewebestrukturen detailliert sichtbar sind. Die Kernspintomographie nutzt das Phenomen des Eigendrehimpulses Spin von Elektronen oder Atomkernen, der ein Magnetfeld induziert. Telefon, Radio, Fernsehen. Es gibt zwei grundsätzliche Möglichkeiten, Informationen elektrisch zu übertragen. Entweder man verwendet dafür Leitungen oder die sich im freien Raum ausbreitenden elektromagnetischen Wellen. Beim Telefonieren kann die erste Möglichkeit ausgenutzt werden. Mit einem Mikrofon werden die durch das Sprechen erzeugten Schallschwingungen in elektrische Signale umgewandelt und dann über Telefonleitungen an den Ort des Empfängers gesendet. Dort wandelt der Lautsprecher des Empfangsgerätes die elektrischen Signale wieder in Schallschwingungen zurück. Den ersten Fernsprecherapparat konstruierte 1861 der deutsche Physiker Philipp Reis. Sein Telefon war jedoch noch so unvollkommen, dass es bald wieder vergessen wurde. Wesentlich brauchbarer war das 15 Jahre später von dem amerikanischen Ingenieur schottischer Herkunft Alexander Graham Bell entwickelte Gerät. Heute werden Telefongespräche häufig über Glasfaserkabel transportiert. Eine drahtlose Informationsübermittlung ermöglichen die unsichtbaren elektromagnetischen Wellen. Nicht nur das Handy nutzt die sogenannten Radiowellen zum Transport von Informationen, sondern vor allem auch der Rundfunk und das Fernsehen. Die von einem Rundfunksender mit Lichtgeschwindigkeit ausgestrahlten elektromagnetischen Wellen erreichen in Sekundenbruchteilen einen Empfänger auf der anderen Seite der Erde. Einige Rundfunksender strahlen ihre Programme auch Stereophon aus. Als erster Wissenschaftler hatte der deutsche Physiker Heinrich Herz in seinen Versuchen nachgewiesen, dass es neben Wasserwellen und Schallwellen noch elektromagnetische Wellen gibt. Elektromagnetische Wellen unterscheiden sich nach ihrer Schwingungszahl, man nennt sie Frequenz. Je höher die Frequenz einer Welle ist, desto kürzer wird ihre Wellenlänge. Radiostationen arbeiten mit Lang-, Mittel- und Kurzwellen. Beim Fernsehen werden die im Studio in elektrische Impulse übertragenen und bei Aufzeichnungen auf einem Magnetband gespeicherten Bilder und Töne über Kabel- oder Radiowellen mit Lichtgeschwindigkeit ausgestrahlt. Fernsehantennen oder Satellitenschüsseln empfangen diese Wellen und leiten das Signal zum Fernsehgerät, wo es wieder in Bilder und Töne zurückverwandelt wird. Die Vorstellung, Bilder elektrisch zu übertragen, gab es schon im 19. Jahrhundert. 1883 stellte der deutsche Ingenieur Paul Nipko ein Gerät vor, mit dem man Bilder zeilenweise abtasten konnte. Der entscheidende Durchbruch für die Entwicklung der heutigen Fernsehtechnik aber war die von dem deutschen Physiker Ferdinand Braun entwickelte Kathodenstrahlröhre, gewöhnlich auch als Braunsche Röhre bezeichnet. Die ersten regelmäßigen Fernsehsendungen gab es bereits 1929. Damals allerdings waren die Fernsehbilder noch sehr unscharf, weil man sie nur in wenige Zeilen zerlegen konnte. Bemerkenswertes Fernsehtürme Je höher desto besser. Radiowellen, sehr hohe Frequenz, Ultrakurzwellen also, eignen sich am besten für die Übertragung der Fernsehbilder. Diese Wellen haben aber einen Nachteil. Sie folgen, ebenso wie das Licht, nicht der Erdkrümmung, sondern breiten sich nahezu geradlinig aus. Sender und Empfänger müssen sich also sehen können. Deshalb werden Fernsehtürme gern auf Bergen errichtet und möglichst hoch gebaut. Transatlantische Verbindungen werden über Nachrichtensatelliten hergestellt. Elektronik Der steile Aufstieg der Funktechnik begann mit der Entwicklung der Elektronenröhre. Insbesondere die 1906 erfundene Triode, in der die empfangenen elektrischen Signale verstärkt werden konnten, ermöglichte den Bau qualitativ hochwertiger Radioempfänger, Fernsehgeräte und Radaranlagen. Allerdings mussten die Glasröhren eine bestimmte Mindestgröße aufweisen. Auch deshalb zeigten sich die damaligen Radio- und Fernsehgeräte noch ziemlich sperrig und auch die ersten vollelektronischen Rechner waren riesengroß. Ein neues Zeitalter leitete 1948 die Erfindung des Transistors ein. Transistoren, ein Kunstwort aus Lateinisch Transferre hinübertragen und Resistere widerstehen, sind kleine elektronische Bauelemente, die elektrische Ströme verstärken können. Wie mit einem Schalter lassen sich mit ihnen auch Stromkreise ein- und ausschalten. Schon die ersten Transistoren waren hundertmal kleiner als Röhren. Sie wurden aus Germanium wenige Jahre später aus Silizium hergestellt. Diese Materialien sind sogenannte Halbleiter. Sie leiten elektrischen Strom, wenn auch nicht so ungehindert wie beispielsweise Kupferdraht. Die Transistoren arbeiten schneller, zuverlässiger und im Stromverbrauch sparsamer als Röhren. Vor allem die sich rasch entwickelnde Luft- und Raumfahrt verlangte noch zuverlässigere und wesentlich kleinere elektronische Bauteile. 1961 fand man heraus, dass sich mehrere Transistoren in einem einzigen Bauteil zusammenfassen lassen. Es handelt sich um ein dünnes Siliziumplättchen, das einen vollständigen elektrischen Stromkreis, einen sogenannten integrierten Schaltkreis, aufnehmen konnte. Man nannte es Chip, Englisch Stückchen. Das war die Geburtsstunde der Mikroelektronik, griechisch Mikros, klein, kurz. Unter dem Mikroskop sieht ein Chip aus wie eine gedruckte Leiterplatte. Seine Herstellung ist kompliziert und aufwendig. Sie muss in absolut staubfreien Laboratorien erfolgen. Schon das kleinste Staubkorn kann einen Chip unbrauchbar machen. Verwendet wird Silizium von einem sehr hohen Reinheitsgrad. Man gewinnt es aus einer speziellen Sandart, dem Quarz. Das Silizium wird geschmolzen und zu Stäben von 10 Zentimetern Durchmesser geformt. Diese werden dann in zahlreiche dünne Scheiben, die Wafers, geschnitten. Je nach Chip-Typ gewinnt man aus einem Wafer beispielsweise etwa 500 winzige, rund 5 Quadratmillimeter große Silizium-Chips oder etwa ein Dutzend Mikroprozessoren. Im Laufe der Zeit hat sich die Anzahl der mikroskopisch kleinen Bauelemente, die auf einem einzigen Silizium-Chip Platz finden vervielfacht. Anfang der 60er Jahre brachte man etwa 15 Elemente auf einem Chip unter, 1970 waren es an die 4000 Elemente und heute sind es viele Millionen. Von diesen Millionen Komponenten kann jeder eine Aufgabe erfüllen, für die man früher eine große Röhre aus Glas hätte einsetzen müssen. Ohne den Silizium-Chip wäre das Computer-Zeitalter nicht denkbar. Es gäbe dann auch keine Taschenrechner, Handys und Walkman. Bemerkenswertes enorme Speicherkapazität Ein hauchdünner Mikrochip von nur zwei oder drei Millimetern Kantenlänge und einer Dicke von einem halben Millimeter kann mühelos den Text von mehreren tausend komplett beschriebenen Schreibmaschinenseiten speichern. Roboter Roboter, wie es sie schon in großer Anzahl gibt, sehen weder aus wie metallisch glänzende Menschen, noch sprechen sie so. Roboter sind nichts weiter als automatische, computergesteuerte Maschinen, die bestimmte Bewegungen ausführen können. Ihre Konstrukteure haben sie darauf programmiert, uns die Arbeit zu erleichtern. Die meisten Roboter gibt es in Industrie und Forschung. Industrieroboter sind menschlichen Arbeitskräften in mancher Hinsicht deutlich überlegen. Sie können pausenlos arbeiten, ohne zu ermüden, krank zu werden oder sich zu langweilen. Dabei verrichten sie ihre Tätigkeit mit immer gleichbleibender Genauigkeit. Außerdem funktionieren Roboter unter Bedingungen, die einem Menschen nicht zuzumuten wären, Hitze, Kälte, Lärm, Explosionsgefahr oder radioaktive Strahlung. Deswegen werden Roboter vorzugsweise für ständig wiederkehrende, unangenehme oder gefährliche Tätigkeiten eingesetzt, etwa bei monotonen Fließbandarbeiten in Autowerken, in der Kerntechnik oder bei der Entschärfung von Bomben. Forschungsroboter dagegen helfen den Menschen vor allem in großen Tiefen liegende Schiffswracks zu untersuchen, die Tiefsee zu erforschen oder als Planetensonden fremde Himmelskörper zu erkunden. Die meisten Roboter haben nur einen Arm. Genau wie der menschliche Arm verfügt er über ein Schultergelenk, ein Ellbogengelenk und ein Handgelenk. Diese drei Bewegungsachsen ermöglichen das Drehen der Schulter, das Beugen und Strecken des Ellbogens und Bewegungen des Handgelenks millimetergenau und in alle Richtungen. Der Greifer, also die Hand, kann Gegenstände halten und heben. Roboter werden von einem Programm gesteuert, das in ihren Computer eingegeben wird. Manche Roboter werden richtiggehend ausgebildet, indem sie auf Befehl einzelne Arbeitsgänge Schritt für Schritt ausführen. Unvorhergesehenen Situationen stehen sie allerdings hilflos gegenüber. Roboter sind also nicht zu wirklich selbstständigen Tätigkeiten fähig. Roboter für komplizierte Aufgaben, man nennt sie auch Roboter der zweiten Generation, besitzen Sensoren, mit denen sie äußere Eindrücke aus ihrer Umgebung wahrnehmen können. Die häufig mit Fernsehkameras aufgenommenen Eindrücke ermöglichen dem Roboter, seine Arbeit zu beobachten, zu bewerten und gegebenenfalls zu stoppen. Gegenüber den schon recht gut ausgebildeten Forschungs- und Industrierobotern sind die sogenannten Service-Roboter noch ziemlich unterentwickelt. Immerhin versorgt in einigen US-amerikanischen Krankenhäusern ein rollender Roboter Patienten mit Essen und Post und transportiert Laborproben und Wäsche. Andere schrubben die Fußböden oder patrouillieren als Nachtwächter durch Museen oder Bürohäuser. Bis zu einem Androiden, der uns die Hausarbeit erledigt, ist es aber noch ein weiter Weg. Bemerkenswertes Roboter im Meer Um die Meere besser erforschen zu können, entwickeln Wissenschaftler Biobots, Meerestiere naturgetreu nachgebaute, biologische Roboter. Die Biobots sind wendiger als Mini-U-Boote und sie passen sich den Strömungen besser an. Eines Tages sollen sie selbstständig Ölplattformen warten, Bodenschätze aufspüren, die Wasserverschmutzung messen und ihre lebenden Artgenossen zu Forschungszwecken begleiten. Licht und Farbe Wohin wir auch blicken, überall ist Licht. Tagsüber erhält das Sonnenlicht unsere Erde. Nachts behelfen wir uns mit künstlichem Licht. Ohne Licht gäbe es kein höheres Leben auf der Erde. Früher hatte man sehr unterschiedliche Vorstellungen von der physikalischen Beschaffenheit des Lichts. René Descartes, der französische Philosoph und Mathematiker, sah im Licht eine fein verteilte Substanz, ähnlich wie Luft oder Sand. Für Isaac Newton bestand Licht aus winzigen, sich schnell bewegenden Teilchen. Und der niederländische Physiker Christian Huygens vermutete, dass Licht sich in Wellen ausbreitet. Heute wissen wir, dass Licht eine Form elektromagnetischer Strahlung ist. Einerseits hat es Eigenschaften, die an Schallwellen erinnern, andererseits verhält es sich in manchen Situationen wie ein Teilchenstrom. Dem deutschen Physiker Max Planck gelang es, die Wellen und Teilcheneigenschaften des Lichts in einer einheitlichen Theorie zu beschreiben, die die Grundlage der berühmten Quantentheorie bildet. Licht breitet sich geradlinig und unglaublich schnell aus. In nur einer Sekunde legt es etwa 300.000 Kilometer zurück. Nichts ist schneller auf der Welt. In verschiedenen Materialien aber, in Wasser oder Glas beispielsweise, bewegt sich Licht unterschiedlich schnell fort. Mit der Geschwindigkeit ändert es an der Grenzfläche zwischen zwei Materialien auch seine Richtung. Dieses Phänomen nennt man Lichtbrechung oder Refraktion. Wird Licht dagegen von einer Oberfläche, einem Spiegel beispielsweise, zurückgeworfen, wird es reflektiert. Diese Eigenschaften nutzt man in optischen Geräten, die aus Linsen und oder Spiegeln aufgebaut sind. Wichtige optische Geräte sind Brillen, Mikroskope und Teleskope. Das Licht, das wir sehen, scheint farblos zu sein. Schickt man es jedoch durch ein geschliffenes Glasprisma, dann wird es in seine Bestandteile zerlegt. Es setzt sich zusammen aus allen Farben des Regenbogens. Dabei hat jede Farbe eine eigene Wellenlänge. Unsere Augen nehmen unterschiedliche Wellenlängen als unterschiedliche Farben wahr. Seltsam, während die meisten Säugetiere überhaupt keine Farben erkennen können, gelingt dies Vögeln, Reptilien, manchen Fischen und Insekten. Mehr noch, diese Tiere nehmen zum Teil Lichtwellen wahr, die wir nicht sehen können. Das sichtbare Licht mit seinem Farbspektrum ist nur ein Teil der großen Menge Energie, die uns die Sonne in Form von elektromagnetischen Wellen schickt. Zu diesen gehören nämlich auch infrarote Wärmestrahlen, ultraviolettes Licht, Radiowellen, Röntgenstrahlen und auch die Mikrowellen, wie wir sie ebenfalls im Mikrowellenherd erzeugen können. Die verschiedenen Formen elektromagnetischer Strahlung unterscheiden sich nur in ihrer Wellenlänge, aber alle breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. Bemerkenswertes Grüne Blätter Birkenblätter und andere grüne Blätter sind nur deshalb grün, weil sie das einfallende Licht so reflektieren. Die Blätter nehmen alle Farben des Lichts in sich auf, außer grün. Dies aber wird reflektiert und so sehen wir es. Unter dem orangefarbenen Licht mancher Straßenlaternen dagegen wirken die Blätter schwarz. Sie nehmen das orangefarbene Licht in sich auf und reflektieren es so gut wie gar nicht. Zauberhafter Laser Das Wort Laser ist eine Abkürzung aus den Anfangsbuchstaben englischer Fachwörter Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation auf Deutsch etwa Lichtverstärkung durch angeregte Aussendung elektromagnetischer Strahlung Der Laser enthält also einen Lichtverstärker. Von gewöhnlichem weißem Licht das eine Mischung aus verschiedenen Farben mit jeweils unterschiedlicher Wellenlänge ist unterscheidet sich das Laserlicht zweifach. Zum einen enthält ein Laserstrahl nur Licht einer einzigen Wellenlänge und zum anderen schwingen die Wellen im Gegensatz zum Licht einer Glühlampe im Gleichklang. Der Physiker nennt Laserlicht deshalb Kohärentes lateinisch zusammenhängendes Licht. Den ersten Laser erbaute 1960 der amerikanische Wissenschaftler Theodore Mayman. Doch ob kleiner Laserscanner an der Supermarktkasse oder riesige Laserkanone für die Kernfusion das Prinzip ist seit seiner Erfindung noch immer dasselbe. Die Atome eines geeigneten Mediums Gas, Kristall, Glas oder Farbstoff werden durch ein besonderes technisches Verfahren gezwungen, einen Teil ihrer gespeicherten Energie als elektromagnetische Strahlung abzugeben. Diese Strahlung wird durch Spiegelflächen mehrfach hin und her reflektiert und verstärkt. Schließlich dringt sie als dünner Laserstrahl nach außen. Wenige andere Erfindungen sind so vielseitig einsetzbar wie der Laser. Das Wunderlicht kann schreiben, lesen, messen, schneiden und sogar heilen. Ein Laserstrahl ist in der Lage, empfindliche Blutgefäße ebenso sorgfältig zu verschweißen wie dickes Autoblech. Der Laser kann feinste Löcher durch härteste Diamanten bohren, Hologramme auf Ausweise und Kreditkarten schreiben sowie mit bunten Lichteffekten bei Konzerten und Bühnenshows überraschen. Ingenieure benutzen Laserlicht aufgrund seiner geringen Divergenz von divergent auseinander strebend zum exakten Messen von Entfernungen. Und mit Laserstrahlen lässt sich feststellen, ob ein Turm wirklich senkrecht steht oder ob beim Tunnelbau die geplante Richtung eingehalten wird. Auch beim Abspielen von CDs, beim Telefonieren durch das Glasfaserkabel oder beim Lesen von Strichcodes im Supermarkt hat sich der Laser unentbehrlich gemacht. Jahr für Jahr erschließt sich die Lasertechnologie immer neue Anwendungsgebiete. Das hängt nicht nur damit zusammen, dass es gelingt, Laserstrahlen in fast jeder gewünschten Wellenlänge zu produzieren. Die Forscher können Laserstrahlen auch ultrakurz pulsieren lassen, um sehr schnelle Prozesse untersuchen zu können. Auf der anderen Seite gibt es gepulste Laser, die für sehr hohe Energien in einem einzigen Lichtpuls optimiert sind. Diese Pulslaser erreichen Spitzenleistungen von Milliarden Megawatt. Bemerkenswertes Gepulste Laser Die extrem gebündelte Energie der Pulslaser hilft zum Beispiel den Chirurgen. Verstopfte Adern lassen sich aufbohren und feinste Gefäße mit unvorstellbarer Präzision schneiden. Mit noch schneller pulsierenden Lasern wollen die Forscher demnächst superschnell ablaufende chemische Reaktionen in Zellen untersuchen, um Krankheiten auf die Spur zu kommen. Einstein und die Relativität In der Leipziger Zeitschrift Annalen der Physik erschien 1905 ein Aufsatz, der in der ganzen Welt Aufsehen erregte. Der Verfasser war Albert Einstein, ein bis dahin unbekannter junger Physiker. Die Theorie, die er in der Zeitschrift veröffentlichte, nannte er spezielle Relativitätstheorie. Wenige Jahre später, 1916, folgte eine weitere grundlegende Arbeit, die allgemeine Relativitätstheorie. Mit beiden Werken und einer ebenfalls 1905 erschienenen Arbeit zum Fotoeffekt, für die er den Nobelpreis erhielt, legte der Wissenschaftler einen wesentlichen Grundstein nicht nur für die moderne Atomphysik, sondern er vervollkommnete auch unsere Vorstellungen vom Universum. Kein anderer Forscher hat so viel zum Verständnis solcher Dinge wie Licht, Energie, Bewegung, Schwerkraft, Raum und Zeit beigetragen. Einstein war überzeugt, dass Ausdehnung, Masse und Zeit von der Bewegung beeinflusst würden. Er glaubte auch, dass die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, 300.000 Kilometer pro Sekunde, die höchstmögliche Geschwindigkeit sei, die ein Körper erreichen kann. Einstein zufolge versagt in Bezug auf sehr hohe Geschwindigkeiten und große schwere Felder unser Vorstellungsvermögen. So erscheint uns die Zeigerbewegung einer Uhr anders, wenn diese sich sehr schnell in einem gedachten Superraumschiff an uns vorbei bewegt. Und dies umso mehr, je mehr sich die Geschwindigkeit des Raumschiffes der Lichtgeschwindigkeit nähert. Würde sich das Raumschiff schließlich mit 99,9% der Lichtgeschwindigkeit an uns vorbei bewegen, würde die Uhr für uns darin 22 Mal langsamer gehen. Aber nicht nur die Zeit würde in der Nähe der Lichtgeschwindigkeit beinahe zum Stillstand kommen. Auch jede Ausdehnung würde gegen Null gehen, die Masse des Körpers dagegen unendlich groß werden. Der Effekt der relativistischen Zeitverlangsamung, der lange unentdeckt blieb, begegnet den Forschern heute im Teilchenbeschleuniger mit sehr schnellen Teilchen. Teilchen, die in Ruhe eine Lebensdauer von einer Mikrosekunde haben, leben für uns 80 Mikrosekunden. Albert Einstein hatte es schon vor nahezu 100 Jahren erkannt. Die Geschwindigkeit ist nichts Absolutes. Für Objekte, die sich sehr schnell an uns vorbei bewegen, vergeht die Zeit anders als beispielsweise für diejenigen, die für uns stillstehen. Je schneller sich ein Objekt bewegt, desto langsamer vergeht darin die Zeit. In seiner allgemeinen Relativitätstheorie von 1916 behauptete der Forscher auch, dass Licht auch durch ein schwere Feld beeinflusst wird. Als es sowohl 1919 und 1922 eine Sonnenfinsternis gab, wurde die Theorie in aufsehenerregenden Experimenten überprüft und bestätigt. Auch die berühmte Gleichung E gleich m mal c Quadrat ist eine Folgerung, die Einstein aus seiner Relativitätstheorie zog. Die Gleichung besagt, dass sich Materie in Energie verwandeln kann und umgekehrt. E bezeichnet die Energie, m den Massenwert und c die Lichtgeschwindigkeit. Die Gleichung bedeutet zweierlei. Zum einen wird ein Körper, der sich sehr schnell bewegt, etwas schwerer. Mit der Geschwindigkeit nimmt seine Bewegungsenergie zu, die als E auf der linken Seite der Gleichung steht. Damit nimmt aber auch seine Masse zu, die auf der rechten Seite steht. Der Körper wird schwerer, solange er sich bewegt. Zum anderen besagt die Gleichung, dass man Masse in Energie umwandeln kann und umgekehrt. Die Energie, die bei der Kernspaltung und Fusion freigesetzt wird, entsteht genau eine solche Umwandlung von winzigen Mengen von Materie in Energie. Der wissenschaftliche Ruhm des Forschers drang in die entlegensten Winkel der Erde. Albert Einstein wurde schon zu seinen Lebzeiten eine Legende. Bemerkenswertes Zeitreise Weil die Zeit umso langsamer in einem Raumschiff vergeht, je schneller es sich bewegt, könnte ein Astronaut, der mit nahezu Lichtgeschwindigkeit unterwegs ist, etwas sehr Merkwürdiges erleben. Wenn er aus dem Weltall zur Erde zurückkehrte und nach seiner Uhr ein Jahr vergangen wäre, dann würde er die Heimat nicht wiedererkennen, weil hier inzwischen viele Jahre vergangen sind. Mathematik Vom Rechnen zur Mathematik Die Mathematik, griechisch Wissenschaft, ist eine der ältesten und vielleicht sogar die Königin der Wissenschaften. Sie hat sich aus den praktischen Aufgaben des Zählens, Rechnens und Messens entwickelt. Viele antike Völker wendeten bereits die Mathematik an, beispielsweise die chinesische, die ägyptische und babylonische, natürlich auch die griechische Hochkultur. Mathematik befasst sich in erster Linie mit Zahlen. Geschriebene Zahlzeichensysteme gab es schon um 4000 vor Christus. Doch obgleich die alten Babylonier und Ägypter, die Griechen, Römer und Chinesen, viel von Mathematik wussten, die Null hatten sie noch nicht entdeckt. Die Römer beispielsweise stellten die Zahlen 1 bis 4 durch Striche dar. Fünfer, Zehner und Fünfziger schrieben sie in Buchstaben. Es war schwierig, mit all den vielen verschiedenen Symbolen zu rechnen. Das ging auch den Mathematikern der westlichen Länder so, die lange Zeit, noch im Mittelalter, das römische Zahlensystem benutzten. Ein bedeutender Fortschritt in der Entwicklung der Zahlen gelang erst den Maya und später um 500 nach Christus den Indern. Die Inder fanden ein System, das nur die Zahlen 1 bis 9 benötigte und ein spezielles Zeichen für Null hatte. Mit diesem System bewältigten indische Mathematiker Aufgaben, die vorher unlösbar waren. Um 800 nach Christus übernahmen die Araber das neue System und verbreiteten es rasch im islamischen Weltreich. Aus dem vorderen Orient kam das indisch-arabische Zahlensystem ab dem 11. Jahrhundert nach Europa. Obwohl sich die Zeichen im Laufe der Zeit etwas verändert haben, bilden sie noch immer das System, das wir heute benutzen. Trotz der Zahlen, die nach wie vor in der elementaren Mathematik unverzichtbar sind, in der sogenannten höheren Mathematik geht es nicht darum zu rechnen, sondern logische Zusammenhänge zu erkennen. Immer mehr Bereiche unseres Lebens werden von der Technik bestimmt. Und Technik ohne Mathematik ist undenkbar. Viele Geräte funktionieren nur, weil komplizierte mathematische Verfahren dies erst ermöglicht haben. Aber auch Naturwissenschaften und sogar Geisteswissenschaften brauchen die Mathematik und ihre Formeln. Was unterscheidet Naturwissenschaftler eigentlich von Mathematikern? Die Mathematik ist eine Wissenschaft von den abstrakten formalen Gesetzmäßigkeiten, die für alle anderen Wissenschaften anwendbar sind. Die Naturwissenschaften beschäftigen sich mit der Erklärung der vorgefundenen Naturerscheinungen und dem Erkennen der für sie geltenden Naturgesetze. Naturwissenschaftliche Theorien gelten als zutreffend, wenn genug Belege, in der Regel reproduzierbare Ergebnisse von Versuchen vorhanden sind. Mathematiker aber verlassen sich nicht auf Experimente. Sie setzen ausschließlich auf die Kraft der Logik. Die Naturwissenschaftler haben im Laufe der Zeit schon häufig die Ergebnisse ihrer Arbeit korrigieren müssen. Die Beweisführungen der griechischen Mathematiker vor mehr als 2000 Jahren hingegen gelten noch heute. Bemerkenswertes Urapan und Okasa Ein Stamm in der Südsee kennt nur zwei Zahlwörter und kann doch bis drei und weiter zählen. Eins ist Urapan, zwei ist Okasa, drei ist Okasa Urapan, vier Okasa Okasa, fünf Okasa Okasa Urapan, sechs Okasa Urapan Okasa Urapan und so weiter. Für die dortigen Verhältnisse ist das bestimmt ausreichend. Aber wer möchte auf diese Weise schon bis hundert zählen? Berühmte Mathematiker Den Beginn der modernen Mathematik markiert Elemente das wichtigste griechische Lehrbuch der Mathematik verfasst hat es Euklid von Alexandria um 325 vor Christus. Das erfolgreichste mathematisch naturwissenschaftliche Buch der Weltgeschichte hat mehr als zwei Jahrtausende als Grundlage aller mathematischen Studien gedient. In 13 Bänden formulierte Euklid Grundannahmen und folgerte aus ihnen mathematische Sätze. Der geniale Euklidische Beweis der Unendlichkeit der Primzahlen gilt vielen Mathematikern noch heute als Meisterstück der Mathematik. Außergewöhnliche griechische Denker gab es aber schon vor Euklid. So stellte der Philosoph Pythagoras von Samos einen Lehrsatz auf, mit dem sich die Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks berechnen lassen. Der bedeutendste griechische Mathematiker der Antike aber war Archimedes. Er schrieb Bücher über die Eigenschaften und Berechnungsmethoden geometrischer Figuren und erfand eine fast genaue Formel zur Berechnung des Kreisinhalts. Als die Römer 212 vor Christus die Stadt Syrakus eroberten, wurde er von einem betrunkenen Soldaten getötet. Noli Turbare Circulus Meos soll der große Wissenschaftler, der gerade mit einer geometrischen Berechnung beschäftigt war, noch gerufen haben. Störe meine Kreise nicht. Der erste Mathematiker, der erstmals eine Null schrieb und damit der Mathematik einen wichtigen Impuls verlieh, war der im Jahr 476 geborene Inder Aryapata. Er nannte sie K, das bedeutet so viel wie Loch, aber auch Himmel. Über die Araber kam die Null ab dem 11. Jahrhundert nach Europa. Aus ihrer arabischen Bezeichnung Asfir, die Lehre, leiten sich die Wörter Ziffer und Zero oder Zero, englisch und französisch für Null, her. 1202 veröffentlichte der italienische Kaufmann und Mathematiker Leonardo von Pisa, genannt Fibonacci, ein Rechenbuch, das über die schriftlichen Rechenmethoden mit den indisch-arabischen Ziffern berichtet. Nun erlebte die Mathematik im mittelalterlichen Europa einen Aufschwung. Ende des 15. Jahrhunderts kam sogar ein neuer Berufsstand auf, der des Rechenmeisters, einen noch immer legendären Ruf besitzt Adam Ries, der im sächsischen Erzgebirge wirkte und drei Rechenbücher schrieb. Noch heute begegnet man im Zusammenhang mit einfachen Rechenaufgaben dem Sprichwort »Nach Adam Riese macht das« Der aus Frankreich stammende René Descartes entwickelte die analytische Geometrie. Mit dem von ihm konstruierten kartesischen Koordinatensystem lassen sich nicht nur Ebenen Erfassen, sondern auch der dreidimensionale Raum. Descartes, lateinisch nannte er sich Cartesius, wurde auch als Philosoph bekannt, vor allem wegen seines berühmten Ausspruchs »Cogito ergo sum«. Ich denke, also bin ich. Ein klassisches Teilgebiet der Mathematik ist auch die Analysis, in der mit Grenzwerten gearbeitet, also die Infinitesimalrechnung angewendet wird. Dieser Begriff ist die zusammenfassende Bezeichnung für die Differenzial- und Integralrechnung. Mit der Differenzialrechnung lässt sich beispielsweise die Veränderung einer Größe erfassen. So ist etwa Geschwindigkeit die Veränderung des Ortes in einer gewissen Zeit und Beschleunigung ist wiederum die Veränderung der Geschwindigkeit in einer bestimmten Zeit. Die Integralrechnung kann man anwenden, wenn man einen Flächen- oder Rauminhalt innerhalb unregelmäßiger Grenzen ausrechnen will. Grundlegende Methoden der Infinitesimalrechnung erfanden unabhängig voneinander Isaac Newton und Gottfried Leibniz Die Differenzial- und Integralrechnung wurde von dem Schweizer Leonard Euler weiterentwickelt und den lehrbuchartigen Darstellungen beschrieben. Einer der bedeutendsten Mathematiker der Geschichte war Karl Friedrich Gauss. Der Physiker und Mathematiker legte nicht nur die Grundlagen für die moderne Algebra. Er entwickelte auch ein Verfahren für die Berechnung von Planetenbahnen und veröffentlichte das grundlegende Werk zur modernen Zahlentheorie Untersuchungen zur Arithmetik. Der König von Hannover ließ zum Andenken an den in Göttingen verstorbenen Gauss eine Medaille prägen, die die Inschrift Mathematicorum Prinzebs Fürst der Mathematiker trägt. Bemerkenswertes Ein findiger Schüler Schon als neunjähriger Schüler machte Karl Friedrich Gauss seine erste mathematische Entdeckung. Sein Lehrer hatte ihm die Aufgabe gestellt, alle Zahlen von 1 bis 100 zu addieren. Statt nun der Reihe nachzurechnen 1 plus 2 ist 3 3 plus 3 ist 6 6 plus 4 ist 10 und so weiter fiel dem jungen Gauss auf, dass in der Summation 1 plus 2 plus 3 plus ... plus 98 plus 99 plus 100 aus zwei Zahlen am Anfang und am Ende der Reihe jeweils die Zahl 101 zu bilden ist. 1 plus 100 ist 101 2 plus 99 ist 101 und so weiter. Da es 50 solcher Paare gibt, bleibt also nur noch eine einfache Multiplikation zu erledigen. 101 mal 50 ist gleich 5050. Kein Wunder, dass Gauss die Lösung im Handumdrehen finden konnte. Vom Fingerrechnen zum Computer Schon von jeher war der Mensch bemüht, sich das Rechnen zu erleichtern. Die ersten Rechenhilfen waren die vier Finger und der Daumen an jeder Hand. Oft nahm man statt der Finger auch Kiesel. Einen Vorläufer des Rechenbretts erdachten die Mesopotamier. Sie zogen mehrere parallele Rillen in den Sand und legten Kiesel hinein. Die rechte Rille war für die Einer, die nächste für die Zehner und so weiter. Nun brauchte man bloß die Kiesel innerhalb der Rillen zu verschieben oder von Rille zu Rille zu versetzen und schon ließen sich einfache Rechenaufgaben lösen. Das war vor 5000 Jahren. Der erste Taschenrechner entstand, als man handliche Tontafeln mit Rillen versah. Später wurden die Kiesel dann wie Perlen in Zehnergruppen auf Drähte gereiht, die man über einen Holzrahmen spannte. Der Abakus, das Rechenbrett, war erfunden, benannt nach dem griechischen Wort Abaks gleich Brett. Es ist noch immer in Gebrauch. Die erste nennenswerte Verbesserung gelang 1617 dem schottischen Edelmann John Napier mit der Erfindung eines Rechenschiebers. Mit Napiers Knochen, Rechenstäben aus Knochen oder Holz, konnte man rasch multiplizieren oder dividieren. Eine Addiermaschine zur Erleichterung der Rechenarbeit baute der Franzose Blaise Pascal. Die geniale Erfindung der Staffelwalze, mit der die Übertragung von Zehnerpotenzen möglich war, ist Gottfried Wilhelm Leibniz im Jahr 1674 gelungen. Viele Erfinder bemühten sich im 18. Jahrhundert um technisch ausgereifte Konstruktionen von Rechenmaschinen. Doch erst ein Jahrhundert später begann die industrielle Fertigung von verlässlichen mechanischen Rechenmaschinen. Zu dieser Zeit wurden allerdings bereits neue Wege hin zu programmgesteuerten Rechenautomaten beschritten. Ideen und erste weitreichende Versuche zum Bau solcher Automaten gehen auf den englischen Physiker und Mathematiker Charles Babbage zurück. Man nennt ihn auch den Vater des Computers. Denn seine Maschine war die erste überhaupt, der das Konzept eines Speichers zugrunde lag. Sie ist allerdings unvollendet geblieben. 1890 stellte der deutsch-amerikanische Ingenieur Hermann Hollerritt eine Statistikmaschine zur Auswertung der amerikanischen Volkszählung vor. Für die Dateneingabe benutzte er Lochkarten. Den ersten betriebsfähigen, programmgesteuerten Rechenautomaten der Welt konstruierte der Berliner Ingenieur Konrad Zuse. Seine Maschine, die Z3, arbeitet mit Telefonrelais, elektrischen Ein-Ausschaltern also, die nicht von Hand, sondern durch elektrischen Strom geschaltet werden. Für die Rechenvorgänge nutzte er das Dualsystem. Die Z3 bestand aus insgesamt 2000 Relais, 600 zum Rechnen, 1400 als Speicher für insgesamt 64 Zahlen. Drei Jahre später entstand eine ähnliche Anlage in den USA. Bemerkenswertes. Dumm, aber schnell. Eigentlich ist ein Computer ziemlich dumm. Seine Intelligenz steckt allein im Programm, mit dem man ihn füttert. Was den Computer so ungemein schlau erscheinen lässt, ist das Tempo, mit dem er operiert. Gewöhnliche Personalkomputer können heute Aufgaben bewältigen, für die man vor wenigen Jahrzehnten noch eine Maschine von der Größe einer kompletten Straßenbahn gebraucht hätte. Weitere Hörbücher aus der Reihe CD Wissen Allgemeinbildung gibt es im Buchhandel und unter www.hörkiosk.de Der Audio-Media-Verlag bedankt sich fürs Zuhören. Zuhören Untertitelung des ZDF, 2020